Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde Curve Fever, da ja leider die Minecraft Session Server down sind. Welche Farbe bin ich? Okay, alles cool. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich jetzt sagen wollte, da das Ganze jetzt hier gerade so ein bisschen chaotisch war. Auf jeden Fall sind Sturmwaffel und der liebe Herr Bergmann ebenfalls dabei. Hallo! Hallihallo! Hi! Und um meinen Satz vielleicht ein wenig zu Ende zu bringen, die Session Server sind down. Und leider können wir dementsprechend gleich Mielekraft aufsehen! Oh Gott! Ja! P-Dizzle, um den Satz jetzt zum dritten Mal zu beginnen. Session Server sind down, Curve Fever, Action Schmackchen, damit ihr wenigstens ein wenig Unterhaltung bekommt. Komm schon. Ne, 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 hör auf, bitte! Bitte, bitte! Nein! Ich wollte gerade sagen, du hast dich so lange gehalten. Du-du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du. Sturmbauffel! Wap, 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 wap! Ich mag das in, weißt du, ich mag das bei so vielen Menschen, wenn sie gewinnen. Ich bin wirklich ein gönnerhafter Typ. Aber bei Sturmbauffeln kriege ich irgendwie immer echte Moriden, Alter, wenn er gewinnt. Sonst kriege ich gewonnen... Das können sie ja mal. Wap, wap, wap! Ja komm, komm! Nein! Ich hab Angst, ich hab Angst, das wird ein riesen Problem hier. Nein! Nein, jetzt werdet ihr noch langsamer, ey. Das ist so richtig blöd. Gibt es eigentlich Unterschiede in der Fahrt? Mama! Komm! Nein! Ich hab das recht auf! Alter, das war ja wohl Bergmann Rides ist, Alter. Ich hab nicht immer noch Leben hier, weißt du? Überall, wo du gewilltst, kommt auch Bergmann Rides. Immer wenn ich nicht aufnehme, hab ich die geilsten Runden überhaupt, Alter. Das ist wirklich schade, ey. Das war jetzt vielleicht ein Fehler. Babo de Babo! Okay, also grün ist dann immer für einen selber und rot ist dann für andere. Das hast du inzwischen auch mal herausgefunden, ja? Ja, ich weiß das doch nicht, ich spiel das ja nicht 24-7 immer. Och nö! Ich bin sowas von down. Nein! 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 Boah, schon wieder Bergmann, Alter. Das ist richtig schade. Auf, du ja, jetzt. Das macht einfach keinen Spaß dann. Das macht einfach keinen Spaß. Wie, es macht keinen Spaß, wenn ich gewinne, oder was? Ja, das ist richtig schade. So, dass du Leuten nie was gönnst, ey. Ja, ich bin halt auch kein gönnerhafter Typ, weißt du? Manchmal kommen Leute an und sagen so, hey, willst du mir nicht mal High Five geben? Und ich sag dann so, nö. Okay, ich habe keine Lust drauf, ich gönne dir die nicht. Oh, nein! Und er macht sein legeres Spiel. Achso, die Punkte, 5, 5, 5, Alter. Das ist ja echt, das ist ja... Das ist wie beim Teufel. Also ganz im Ernst, Falouben, ein kleiner Tipp für deine, oder für eure Videobeschreibung. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist die spannendste Runde Curve-Tiever ever. Okay, schau mal. Okay, schau mal. Also grün ist für mich sehr... Oh Gott! Hallo! Ich bin dein Bug und Gänselein gewangen. Wie, du wirst ja nicht mal so ein Würstchen hinter dir herhängen. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, ja, ja. Wo ist denn dein Würstchen? Wo ist denn dein Würstchen? So, that's easy. Was machst du denn? Was machst du denn? Das war ich der dümmste Zug, den ich jemals gesehen habe. P-Dizzle, back in action. P-Dizzle, ey, P-Dizzle einfach so. P-Dizzle, ist mein Rapper-Name übrigens. Das ist das schiefste Rapper-Name, den ich jemals gehört habe. Du kannst dich aber auch nicht direkt entscheiden, ne? So, Jungs, mal kurz Konzentration. Nein! Oh, nee, ey, das war so... Das ist wirklich fies, ne? Ich hab das Gefühl, dass ich abartig laut schreie, weil ich nicht gewöhnt bin, beide Kopfhörer irgendwie drin zu haben und mich so ganz, ganz schlecht selber höre. Ja, du schreist allgemein in letzter Zeit ziemlich oft. Das ist so ein Modestiemittel oder so. Ich hab gesagt, immer genossen, wenn du mal ein bisschen ruhiger warst. Aber in Happy Wheels war ich hier schon immer so ruhig. Immer, ach miss, ich bin grad gestorben. Oh, nee, Alter. Lass mal probieren, was zu zeichnen. So ein Gesicht oder so. Mach einfach nur so ein Kreis und ich mach das Gesicht. Ja, was ist denn los? Du kannst ja schon mal anfangen mit dem Gesicht, ey, und ich komm dann später hinzu, mach die Nase oder so. Und dann können wir immer sagen, draw me like one of your French girls. Genau. Also, okay, ich mach die Augen. Wow, nice! Ja, das ist das Ding! Da ist das Ding, da kommt das Auge, seht ihr das Ding? Das ist die Bombe! Wow! Neun Punkte. Stille. Neun Punkte sind noch keine Stille. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Okay. Alles easy, alles nicht. Na! Da! Da! Alles legt rum. Mal nochmal hier unten ein bisschen rumcruisen. Oh, ich bin ja letzter. Was denn da passiert? Oh, ey, Pete Dizzle einfach mal. Ey, was ist denn da los? Was hat ein Paluten da ausgebaut, ey? Ausgebaut? Ja, das ist so ein Carport. Ja, das ist so ein Carport. Carport. Ich mach jetzt auch ein Heimwerk-Tutorials. Alles easy. Alles easy. Jetzt sind wir hier am Berg mal ganz, ganz leger vorbeiziehen, ey. Oh. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Was ist das hier? Oh, 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 oh. Oh, das war keine gute Idee. Oh Mann. Ach, Mist. Oh Mann, ich weiß es nicht. Ich glaub, damit konnte man durch die Wände gehen, also durch die Seite. Das war gut geklappt bei dir. Ja, das war ein guter Plan auf jeden Fall. Das Einzige, was ich weiß, ist der Blitz und... Das Einzige, was ich weiß, ist der Blitz. Blitz, Fisch, Kodin. Ne, das war es gar nicht, das war He-Man, oder? King of the Universe. I'm the King of the Universe. Oh, warum kannst du da durchgehen? Ja, weil ich... Das war auch eine richtig gute Taktengang. Ja, die war mal richtig... Wow, guck mal, wer hat's fickt euch? Nein! Warum sterbt ihr denn auch nicht? Oh, wer hat's denn da überlebt? Wer hat's denn da überlebt, ey? Oh, komm, wie ich völlig ausraste, Alter. Oh, ey, das ist richtig blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Also, Burks, äh, Burksman sag ich schon. Smurf, was ist denn da los? Der acht Punkte? Das ist, äh, ich will euch mal kurz am Ruhm schnubbern lassen. Oh. Das ist aber keine gute Folge, die würde ich eventuell nicht umladen. Boah, ey, du bist so ein Hund! Wie ging dir nochmal das Lied von Flash, Gordon? Das weiß ich gar nicht. Habt ihr Dingens gesehen hier? Ähm, danke. Ähm, Ted? Mit dem Bär? Ja, ja, klar. Da kommt doch der Schauspieler dann. Auf dieser Party. Und da kommt doch durch die Tür der Blonde. Flasch! Zur Party? Nein! 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 Ich muss sowieso sagen. Da kommt Waffle Rises. Waffle Rises. Copyright Verstöße, mein Anwalt, der wird sich bei dir melden. Ja, ist okay. Was musst du sagen, Paludin? Ähm, das... Ich fand, Ted war irgendwie so ein bisschen zu sehr gehypt worden, meiner Meinung nach. Ich war irgendwie am Ende ein bisschen... Nein! ...bisschen enttäuscht. Ach, die Hälfte aller Filme werden gehypt. Ja. Das war mal ein Statement, oder? Das war ein gutes Statement. Die Hälfte aller Filme werden gehypt. Wir werden geskypt. Was ist denn da unten noch? Das orange Ding da. Da siehst du aber... Oh, oh! Okay, das heißt es einfach nur... Wow! Und jetzt... Komm schon, jetzt geh doch mal down. Guck mal wie gut down geht er! Oh, ey! Das ist so unmöglich! Ich bin so krass. Jetzt auch so krassen Runden einfach. Ich hab einfach so selber geübt, ey. Das ist unglaublich, ey. Ich hab ja ziemlich gut durchgehalten jetzt auch. Ey, das ist jetzt ein Ausgleich. Vier Punkte noch. Ja, ich mach das schon. Ich mach das. Oh! 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 Was war das denn? Leck mich doch am Arsch, Alter! Das ist ja richtig krank gewesen. Ah, fuck, ey. Das war richtig krass. Ich dachte mir schon so, ne, der Untergang, ey. Okay, okay. Show-Video! Oh, komm! Da ist das Ding, da ist das Ding, ey. Ich hätte die zwei Punkte gebraucht. So, der kommt jetzt gleich mal von hinten, arbeitet sich die Waffel wieder ran. So, schreibt jetzt schon mal, liebe Freunde, schreibt jetzt mal, pausiert mal kurz das Video. Jetzt! Jetzt! Und dann erklärt euch, Herr Bergmann, was ihr zu tun habt. Oh nein! Und schreibt mal in die Kommentare, ob Paluten das Ding machen wird oder ob Bergmann jetzt noch ganz spannend irgendwie Punkte aufholen kann oder ob Sturmbaffel das Ding macht. Ah! Aber jetzt! Aber jetzt! Jetzt! Genau, pausiert doch jetzt mal! Genau! Ihr Paluten darf jetzt einfach als erster Down gehen. Ey, alle auf Paluten! Alle auf Paluten! Komm, komm, komm! Oh, ne! Das ist nur einer von euch! Nein! Nein, nein! Geht weg von mir, ihr Hunde! Ihr Hunde! Sehr gut! Sehr gut! Erstmal Paluten gestreckt, ey! Und jetzt kommt's, ey! Jetzt geht's langsam los! Oh, ne! Nein! Ach, du kannst doch ihm jetzt nicht die zwei Punkte geben! Oh nein, ey! Ja, das doch doch! Also das ist alles taktisch! Komm, Alter! Jetzt noch einmal Paluten! Nein, 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 nein! Gar nix! Ey, komm! Mach ihm Platz! Mach ihm Platz! Mach ihm Platz! Du gönnst dir das ja einfach nur dann, weil... Ich brauch das für mein Ego, momentan läuft so scheiße! Ach, ne! Ach, ne! Äh! Äh! Oh, nein! Och, ne! Nein! Fuck! Oh, nein! Pete Dizzle! Pete! Oh, ich hätte... Ich hätte... Ich hätte gewonnen, ey! Es wissen wir alle! Also ich... Ich muss schon sagen, ich bin schon ziemlicher Curve Fever Pro! Auf jeden Fall! Ja, das war doch ne... Traumhafte Runde von Curve Fever mit einem, ähm... Verdienten Sieger, kann man nicht unbedingt sagen, aber Paluten hat gewonnen! Und es war mir wie immer eine Ehre mit euch zu spielen, Leute! Super funny! Die beiden sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt! Und wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da! Und ansonsten... Was war's denn? Der Bergmann schreibt wieder... Wie scheiße, Ninja! Sie sehen wie... Say hello to YouTube! Hello! Screw... Es war mir eine Ehre dabei sein zu dürfen! Ja, mir auch! Also Leute, ein schönes Wochenende noch und bleibt geschmeidig! Woop woop! Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!